Herzlich willkommen auf psychotestfinden.info, dem cleveren Verzeichnis von psychologischen Verfahren für Eignungsuntersuchungen, Tests, Trainings und Therapien im deutschen Sprachraum. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, allen Herstellern, Anbietern und Interessenten für psychologische Tests einen neuartigen Datenbank-Service zur Verfügung zu stellen. Dieser Service ermöglicht es einerseits, Testherstellern und Anbietern auf einer zentralen Webplattform Produkt, Termin, News und andere Informationen rund um psychologische Diagnostik zu publizieren. Interessenten andererseits erhalten wir psychotestfinden.info einen kostenlosen Zugang, um sich schnell und umfassend einen Überblick der marktgängigsten psychologischen Tests zu verschaffen. Psychotestfinden.info bietet Ihnen damit Markttransparenz und mehr Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen. In nur drei Schritten zum passenden psychologischen Testverfahren. Erstens finden Sie die passenden Produkte und Informationen mittels Volltextrecherche oder über das Katalogverzeichnis. Zweitens vergleichen Sie zwei bis drei Produkte der engeren Wahl anhand einer tabellarischen Übersicht. Drittens setzen Sie sich bei Bedarf mit dem Testanbieter Ihrer Wahl mittels Kontaktanfrageformular in Verbindung. So einfach geht das. Ein paar Tipps zur Navigation. Wählen Sie zunächst aktuell, um sich einen Überblick über neue und geänderte Testbeschreibungen, Veranstaltungstermine und News von Anbietern von psychologischen Tests zu verschaffen. Wählen Sie Katalog, um alle psychologischen Tests in kategorisierter Reihenfolge anzuzeigen. Sei dies alphabetisch nach Name, nach Produktart, nach Anwendungsgebiet, nach Faktor oder einfach die neuen Angebote. Wählen Sie Suche, um Psychotests mit Volltextsuche einzugrenzen, beziehungsweise bis zu drei recherchierte psychologische Tests tabellarisch miteinander zu vergleichen. Wählen Sie News, um alle geplanten Veranstaltungstermine oder die erfolgten Pressemitteilungen von Testherstellern und Testanbietern einzusehen. Oder Lexikon, unsere kleine Enzyklopädie der Begrifflichkeiten rund um Verfahren für psychologische Eignungsuntersuchungen und Diagnostik. Oder lesen Sie unseren Blog, Psychotest finden Blog. Kommentare erwünscht. Danke.